so ja wie man hier umstellen kann da habe ich eine ganz neue map erstellt weil die alte map mir gar nicht so gefallen hat und ja deswegen gibt es eben ein kurzer neuer fangen wird aber schnell auch wieder wieder weg sein weil es ist einfach aber jetzt hat mir einfach nicht gefallen der spawnpunkt war doch ein bisschen als es war guter sport sport gewesen aber die landschaft hat mir nicht gefallen wirklich und da gibt es jetzt eben schnell hier so ein kleiner spawn und mit schnell hier noch ausgebaut ist es auch ich habe auch die schwierigkeit stufe um einen stufe erhöht also ich bin jetzt auf medium anstatt softy und ja ich hoffe auf mehr gegner ist es eigentlich auch wie sonst auch immer aber ja es hat mir wie gesagt die map hat mir einfach nicht gefallen die welt und dann lieber solch eine welt wo man gerade eben hat und somit ein bisschen was damit anfangen kann so man wissen heute abfahren immer sehr schön da sind auch schon steine ich habe unten schon eine base gesehen alles ja ich liebe einzelne holzteile ausgelernt ab 10 runter wunderbar schnell die werkbank aufbauen dann mal kurz schnell den hammer kraften holzschwert 20 prozent mit damage der komisch kommt auch kommen das ist tisch zwei türen und dann ja ich weiß ich baue auch gleich noch ein bisschen gott 33 so genau so wunderbar und da noch die türen wunderbar und dahin platzieren wunderbar schade darf man keine treppen brauchen kann aber hier ein bisschen holz genau stein was kannst du zwischen holz steinig unterscheiden oh mein gott was für ein buch so ich brauche jetzt 100 steine 150 glaube ich den ofen und die ausrüstungsstruktur und dann brauche ich eisen ich habe privat schon ein bisschen mehr weiter gespielt privat bin ich schon bei dem was ich weiß nicht ganz schön darf weil ein alten opa und ja der typ man hielt mich ja ganz gerne meine ungefähr weder kostet runter das ist eine gute stelle eigentlich hier muss ich schon sagen ich hoffe ich denke auch schnell ein wett zu baut wo ich mal zwei punkten setzen kann ja ich habe ein bisschen gelernt aus dem spiel wo ich privat gespielt habe da habe ich sogar schon eine goldrichtung nach zwei stunden bekommen ja da war es ziemlich gut gewissen man muss ja auch wirklich alles absuchen manchmal ist unter den stein wo ich denke hier da ist nichts mehr was da ist doch was ich weiß dass ich auch gleich noch ein bisschen mehr stein ungefähr 28 stück wie hier aussieht ich ich weiß dass ihr vielleicht noch packen bauen muss und zwar alles aber so ist das kupfer sehe ich schon kupfer aussieht irgendwie nach erde aus die stein hier ist einer gleich stein waren und erzählen für die ausrüstung punkte reichen schade die ein doch Prozent und ich Anteck wo ich mir immer noch sehr gerne wie gesagt direkt wo ich mir war wenn ich irgendwelche Höhen durchsuche und Prozent die man stellen ruhig um mich rankommen zum Beispiel an Eisen oder irgend so was sowas Silber einfach mal dahin da ist ja und der abgang ist wieder geupdatet also erwartet nicht so viel von es wurde und was er hat weil meine karte hat wirklich tag zu tag immer schlechter und schlechter wird aber ich möchte nach oben auch unbedingt so ein efeuerhaken oder so was sie ja fast gar nichts mehr und die sache nicht kaputt hahaha so wie in minecraft was sie fast gar nichts der schleim hat den hasen getötet der schleim hat den hasen getötet ich sehe nichts mehr achten stein aber unten geht es weiter fackel hier setzen wenn man so baut wie ich komme ja auch nicht weiter ich sehe nicht da oben ja okay dann merken wir uns da unten ist noch was ach kann wundern dass ich nicht weiter kann ok ich hab schon nichts gesagt woher bro hier sterb gibt meine fackeln es danke sehr Jetzt will ich hier weiter sterben. Oh, hasse, 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 Gott. Oh ja, immer die drei Ecken, genau. Ich seh Licht, ich seh Licht. Oh, wunderbar. So, schnell abdecken. So, dann deck ich mir hier mal kurz ab und da die Fackel ich hab, ähm, so ein bisschen Holzfällen. Holzfällen ist immer ganz gut und ja. So. Mit der Eiche kannst du wieder neue Bäume verpflanzen. Ja, zack, 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 zack. Oh, wunderbar. Das Haus wird noch weiter ausgebaut, aber, ähm, in Häuser bauen will ich nicht so gut. Mal so ein bisschen anmerken. So, machen wir hier, hier mal rein. Kann ich schon was craften? Ja, kann ich, äh... Ja, nehmen wir nicht gleich einen Holzofen. Oder Steinofen, besser gesagt. Und kann das noch fallen. Oh, wunderbar. Das fängt schon mal ganz gut an. Ja, kompliziert. Danke sehr. Und ne Ausrüstung. Das haben wir hier. Wunderbar. Ähm... Ja, warte. So, machen wir mal ein bisschen höher und so alles. Höher so ein bisschen. Wird ja alles noch ein bisschen ausgebaut. Oh, komm. guys! Geh weg zu Schleim. Schleim an meiner Tür. Wunderbar. Geht das? Keine Ahnung. Es muss klappen, rutan. Äh... Oh, stimmt. wunderbar platziert eigentlich ja richtig dann bleibt man hier drin ist wirklich der baum ist ein weg wirklich auch hallo hat zombe zombe da kommt auch noch einer schnell Das ist schnell am Flagen. Wunderbar. Hallo. Wie fällt dir? Someday. Äh, drop... stimmt was Gutes für mich, ne? Ich hoffe es. Oh, Stern, Stern, Stern. Ähm... Genau da. Wunderbar. Die sind wichtig. Sehr wichtig sogar. Genau, Sonnenblumen sind immer sehr schön. Stirb mal bitte. Schneller. Das Haus wird weiter nach oben gebaut und so alles und ähm, gibt's auch ein bisschen Ebene wie ähm... Eine Holzwand? Ja, komm. Mach mal eine Holzwand. So, mal gucken. Ich weiß nicht, dass er auch gleich fackelt bauen muss, aber... Also, die Holzwand hier... Richtig. Ich hoffe ich mache keinen Fehler. So... Oh, wie schön das aussieht hierzu momentan. Sehr schön, alles. Oh, nicht ganz gereicht. Aber irgendwie... Egal, egal. Egal. So, das...